Und setzt der anderes dann, wo mein rotes ist. Hey. Und jetzt muss ich mich durchschießen. Na, genau. Ah, perfekt. Okay. Ja, aber wie komm ich jetzt rüber? Uff. Boah. Warte mal. Geh jetzt einfach mal um, na. Wenn ich das Portal jetzt halt... Ach. Jetzt halt ist halt total einfach. Na, scheiße, dann geht's wieder kaputt. Ach, fuck. Weißt du, ich muss anderes setzen? Na, ich kann aber da eigentlich auch nix machen, oder? Ah, ich weiß, ich weiß. Ähm. Zack. Jetzt halt einfach mal durch mein goldes Portal durch, gell. Weißt du, Gabes? Äh. Durch die Wand durch. Und dann durch Springer jetzt halt. Also rechts jetzt halt. Genau da, da. Jetzt kommst du auch rauf. Ja. Wow. Boah. Das war schwer. Okay, mal wieder so, ne. Dir gefällt das, oder? Oh. Nein, jetzt hat sich Dings aufgehängt. Oh. Boah. Ja. Oioioioi. Jetzt heißt die Portal aufgehängt, geil. Okay. Also auf. Ja, dann schießt die mal. Na, hol mal einen Würfel unter. Ja, wie mach ich das? Da holt sie das andere Portal. Sitzen und dann kannst du die auch beschissen. Ach, stein, das ist halt jetzt auch wieder vergessen, das Ding. Da. Genau, aber wo brauchen wir den Würfel jetzt? Wir haben aber wahrscheinlich der Oma irgendwo brauchen. Äh, bloß nur der Affe kommen wir irgendwie. Das ist ja Blätter. Ich scheiß mich da nochmal, Affe. Zack. Ach so, da bräuchert man einen Würfel. Was macht das jetzt? Oder wer? Äh, Lohmann Würfel, Läuber, oder? Aber der geht doch der Kaputte durch, oder? Eben, ja. Schießt die bloß einmal so, Eme. Okay. Schau dich da mal um. Ah, fuck, jetzt hab ich's falsch gemacht. Na, passt schon. Ach, okay, das ist nix. Zack. Okay, jetzt kanntest du da doch jetzt zwar ein paar tolle Scheißen. Opa, wo's... Genau, das musst du machen. Ah, ich kann da doch wieder zumachen, okay. Ah, scheiße. Das ist ja blöd. Nein, ähm... Wir müssen's, glaub ich, anders da machen. Und zwar... Ich muss noch mal raus. Bleib du mal um. Ja. Und zwar so. Und so, aber du musst jetzt... Wenn ich jetzt da unten geht, dann machte die Wand wieder zu. Ja, das... 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 Mach dir's mal. Halt einmal so, oder weh? Na, das ist... Na. Hm. Ich müsste jetzt da rauf. Warte, du musst da jetzt ein paar Teile hier schießen. Schießen mal da irgendwo ein paar Teile hier. Äh, für wo's? Na, warte mal. Ähm... Ich spreche... Äh, lange mal ein Würfel rauf. Okay. Ach, stimmt. Das könnte geil, ja. Mal schauen. Aber dann stehe ich doch, wenn ich da durchfliege. Also, der Dings geht doch kaputt. Na, einfach mal rauf rauf. Na, bloß rauf rauf, nicht durchschießen. So, it's it. Ach, okay. Genau. Ich bin vollkommen zu... Komplett... Boah, ich kann es nicht mehr aussprechen, ich bin jetzt halt fertig im Hirn. Genau, und jetzt fliegst du... Na, lass mal Wüffel drumherr, genau. Ja, ich bin leider dagegen geflogen. Jetzt müssen es... Jetzt müssen es du immer, genau. Ja. Richtig. Und jetzt sitzt du da an den zwei Portalen. Und ich scheiß mich jetzt durch. Zack. Falsch. Ups. Hä? Ja, du musst jetzt... Eich mal da oder auch für, oder? Warte, wir können so ein Ding setzen, so ein... Mit E. E, okay. Okay, das gelten hätte eigentlich gleich, wenn ich jetzt... Hä? Wer soll denn das jetzt geil? Na, mach jetzt mal ein Portal um an deinem Ding. Genau da... Ach so. Das ist dann die Katapultiermaschine hier. Genau. Hey, was habe ich jetzt gerade noch falsch gemacht? Das check ich jetzt nicht ganz... Zack, und jetzt kannst du da einfach Affe... Oder da, dann mach ich es mal lieber. Ja. Hä? Ah, ja. Menschen. Hä, hä, hä. Ja, wohin, geschafft! Ja, jetzt werden sie aber schon kniffliger. Ja. die rätsel aber geht nur er ist heute lade screen also kann man nichts machen was ist da ich mal die anderen portale setzen und zack genau schießt die mal tun noch mal durch kommst du wieder affe ja genau wow ok was mache ich da jetzt einfach runter genau zack ok genau das tor auf wenn wir genau auch noch stumm jetzt machen oder möchte da vielleicht muss so affe und hier nur die portale sehr schön okay wir brauchen doch wieder so dauerschleife ich spring mal genau und damit jetzt das richtige timing richtig ja da wir jetzt noch erst zu kriegen weil und wo es kriegen wir schon sehr schön so ob jetzt möchtest du mich sehr schön okay dann einmal wieder immer und level geschafft da hatte ich mal so ja gar nicht war einfach leid jetzt war davon nicht oder natürliche konsequenzen überhaupt noch von wissenschaft als es einfach mal so hell ist oder es ist das ist das zweite level paket oder die was kann ich glaube zum ersten oder also level sim vor dem ihr seid wirklich im zweiten paket haben wir glaube ich das ist das beste roboter modell dessen entwicklung apache science je eingestellt hat ach so du meinen wir wieder countdown machen wir ach so gut wuat 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 affe bitte schickt die muss man nicht machen ja wenn ihr lach maße wieder weg komme ich jetzt da und ach so ich habe schon die lösung okay okay ich wieder dafür kanntest du schnell nur die portale von mir zu übersetzen genau wenn ich da der oma ist dann spring ich da durch okay kommt schwarz sie aber so anwürfel braucht man aber noch das nehme ich will schon zack und alter man sag gehst du mal durch die tür durch ja jetzt mache ich da das gleiche mit dem würfel das war schon oder was aus ssack sehr schön na ok auszeit von den offiziellen teststrecken angebracht ja der level kenne leider nur ach so das ist blöd ja auch blöd ich weiß es wird da rasch mal heute schneller durch so man muss doch mal so so weniger video aufwand das ist ja top richtig ja für diesen test müssen wir nur noch die projekte boah wie beiden boah wow sie nutzen niemandem sie sind völlig langweilig oh god na na wie viel denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet die richtige lautet null sekunden ähm aus so aber wenn ich der afi fall auf den knopf wird der nächste würfel der afi kaut ah ok ja der fleck dann der afi also messest du dann auch und die springer und den würfel dann irgendwie dann holen sagt genau der kommt jetzt der afi zack und damals ist es ja ich weiß nicht wer welchen teil macht der andere messer heute anderen würfel dann schnappen dann versetze ich das mal da mal bis versetze ich das da her jetzt genau hä ach du bist jetzt durchs falsche genau nein ach so monster lui kann man das auch machen na na kommst du da jetzt wieder immer irgendwo jetzt musst du dir mein portal portal verschießen blau ist es kannst du wieder hier sitzen lila genau gut dann spring ich mal durch oder ja zack und jetzt muss ich komm 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 oh fast scheiße schade ach das erste mal das war doch schon gach ok zack so 1 2 los aaah das brotts frei wieder ah verdammt ach das erzert zack flop ok nein komm ah ach verdammt ach verdammt geht's na warte mal kurz ach so that's sad ok oh bin ich ein Depp hä hä naja that's sad ok jetzt muss ich liegen da setzen ok zack jetzt kommt der Würfel m ja ja o das war zweimal piepen wo sie Springer scheiße wieder verdor er sagt lila gesetzt gut gut die laut ok klop komischer 1 2 woher jawohl jawohl ok ok ja was passiert jetzt ventilator ist stumm und ich pflege mal durch vielleicht komme im eh klar oh geht echt ja bin drüber kann kann das du mir an laser da in mich schicken irgendwie es geht bloß ich komme jetzt hoch ich muss vielleicht dort ein portal setzen da irgendwie da da und vor dir irgendwie nein äh rechts rechts genau da da ist wo der laser hier geht ist doch eine weiße fläche oder nicht was ist das so na da muss irgendwo gerade weiß sie wann sah ach so das geht nicht ah da oder ja freilich ok dann bisschen weiter links links ja ja warte muss ich das andere portal versetzen äh kannst du mal einen schritt nach rechts gell und jetzt hat ein laser nach links jetzt genau so halten genau ok so jetzt nehme ich da ein laser und da haben wir irgendwo ah fast ah fast ja ja so jetzt nehme ich da ein laser so und jetzt Strom ausgefallen oder wie ok ach so jetzt kannst du einfach immer ok so schauen wir mal wer der immer springt tsch ah ja funktioniert sogar wow haha das Glitchi Glatchi das blaue Glitchi Glatchi oder ach so jetzt mal wieder dazu schalte äh okay immer weiter auf oder äh ja so das wenn wir wieder so was jetzt mehr wärmer wahrscheinlich wieder explodieren natürlich es gab nur den level pocket im neuen cup machen ich messe ja nur aufs klo pipi pause ja natürlich perfekt okay ja wohl nächsten aufnahme druck auf 9 bis zum nächsten mal